So, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Ja, immer noch am Side-Quest-Secret-Suche und... Ja, ich hab nachgeschaut, wie wir in Punika in das Haus kommen. Und wir sollen anscheinend irgendwo ein anderes Haus rundherum laufen. Okay, mehr weiß ich nicht. Das heißt, den Rest suche ich jetzt selber. Super. Weil, das kann ja wohl nicht angehen. Kann um mein Haus herumlaufen. Sagt sich nur, wo? Geh jetzt einfach mal alles ab hier. Die, die, da, 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 da. Ja, da hinten sieht es so aus, als ob ich herumgehen kann. Ist schon richtig. Ja! Ja, ja. Das ist... Ja. Offensichtlich. Karte Cobra Zero. Yay. Oh, wow. Alter. Das Spiel hat gute Verstärke. Und einen Stern. Yeah. Geil. Oh, wow. Also, das hätte ich nicht gefunden ohne den Tipp. Ganz ehrlich? Ich hätte das nicht gefunden. Dass ich hier rein kann. Wow. Scheiße noch einmal. Okay. Dann fällt noch ein Stern. Und drei Karten. Das war die falsche Seite. Ich muss jetzt durchs ganze Dorf durch, nur um an mein Schiff zu kommen. Ach, schön. Freue mich. Da, da, da. Da, da, da. Huch. Da schaut man mal weg vom Bildschirm und schon läuft man gegen irgendwelche Barrieren. So. Äh, danke. Ich wollte schon sagen, was ist jetzt los? Okay. Also, zurück nach Augai. Schauen wir mal, wo der Rest zu finden ist. Da, da, da. Ich habe ja Angst, dass ich nochmal in die Noria-Mine muss. Befürchte es ja schon fast. Na, aber gut. Yo, es war klar. Na gut, nur eine. Eine komische Wespe. Die können wir schnell erledigen. Hoffe ich. Zack. Down. Nice. Parodien. So, Kollege. Wo gibt es denn den Sternen? Bla, 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 bla. Den letzten Sternen. Kristallhöhlen? What? Kristallhöhlen. Really? Äh... Kristallhöhlen. Was? Das kann natürlich sein. Weil da hatte ich noch nicht... Das kann sein. Fuck. Kristallhöhlen. Wo warnten die nochmal? Waren die da ganz so hoch? Herzhaft in Kristallhöhlen? Da, da, da. Da, da, da. Müssen wir aber die ganz alten Gebiete zurück? Wurde mal nicht angekündigt. Sagt er. Okay, Kristallhöhlen. Na gut. Von mir aus. Da kann ich aber auch nix benutzen. Hier gibt's irgendwas was? Na jetzt bin ich gespannt. Baba, 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 baba. Die Kristallhöhlen? Okay. Da gibt's ja eigentlich keine Minimap. Eine Kobra... Oh, verleid, schlag dich daneben. Was soll denn der Shit? Hör auf damit. Oh, drei Gegner ans Haft. Oh, nee, kein Bock. Okay, ich kann nur mit meinem Schwert schlagen. Oh, drei Gegner. Kein Bock. Ja, greift mich halt noch mehr an, hab schon recht. Das wird nervig. Ich wünsche mir echt einen Schutz. Warum gibt's keinen Schutz? Weiß es nicht. Ich weiß, dass ich das schon mal überprüfe, aber ich mag es trotzdem nochmal, bevor ich dann nichts finde. Tschüss. Tschüss. Ach ja, das kann dauern. Das kann dauern. Tralalalala, da. Schau mal, wenn das das dauern könnte. Nein? Wo hab ich denn hier was übersehen? Hier kann ich doch nichts benutzen. Alter, war ich doch schon wieder blind. Äh, wo geht's denn hier hin? Äh, wo geht's denn hier hin? Da. Oder das Spiel hat mich nicht dorthin gelassen. Das kann natürlich sein. Ich kenne mich schon wieder nicht mehr aus. Viel zu viele Wege. Schon wieder. Oh, Mann. Ich will den Schutz, verdammt, auch mal. Warum krieg ich keinen Schutz? Achso, okay. Das war der Weg. Sind das eigentlich für riesige Schlangen? Sind doppelt so groß wie ich. Halt, die Gegner, die treffen mich halt nicht, Mann. Das ist einfach unnötig, diese Kämpfe. Geld und Erfahrung brauche ich je nicht mehr. Naja, gut. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hier unten war damals ein Boss. Weiß ich noch. Oh, Gott. Erzhaft noch zwei Schläge, die Viecher. Sind da oben? Da ist dann schon das Ende, oder nicht? Ach, ja. Was? Was? Hä? Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Das gibt's doch gar nicht. Wo, 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 hä? Weil wir nicht immer zu dieser Zufallskämpfe wären. Oh, Mann. Da kommt man überhaupt nicht richtig zum Erkunden. Das ist nervig. Wie komm ich denn da über das Wasser? Oh, Mann. Oh, Mann. Das macht das Spiel echt zu gern. Wisst ihr das? Das macht das Spiel echt viel zu gern. Oh. Sterne. Ihr habt alle versteckten Sterne gefunden. Yay. Nice. Problem ist... Jetzt muss ich noch die Karte finden. Ach, nee. Oder jetzt ernsthaft. Oh, nee. Ich will nicht. Oh. Diese ganzen Zufallskämpfe immer zu. Oh, Gott. Oh, nee. Oh, Spiel. Du katzt mich langsam mal. Oh, Schleid. Ich drehe durch. Ich raste aus. Da, ich will dir die ganzen Wände küssen. Ach, nee. Ach, woach. So eine Kacke. Oh. Oh, Mann. 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 Weißt du, ich würde einfach einen Schnitt machen. Und offscreen danach suchen, weil das ist einfach nur lächerlich. Das ist echt... Oh, 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 oh. Das ist echt lächerlich. Die ganze Wände nach irgendwelchen Durchgängen zu durchsuchen. Oh. Das ist echt dumm. Das ist echt dumm. Das ist wirklich dumm. Das ist zum Glück nicht nervig. Ach, Quatsch. Boah, Alter, ne? Dann schlägt er vor allem daneben. Ist was weiß ich, wie viel Level drüber. Oh, Gott. Wo ist denn das? Oh. Leute. Ist da was? Macht den Schnitt. Ich suche das offscreen. Das ist einfach nur lächerlich. Das ist echt lächerlich gerade. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, bis gleich. Ciao. So, Freunde. Da bin ich wieder. Und ja. Also, irgendwie bin ich nicht schlau geworden. Wurde, wenn. Ich muss jetzt noch kurz mein Fenster dazu machen. Ähm. Ja. Ich habe nicht gefunden, wo das in den Kristallhöhlen sein soll. Aber ich habe gefunden, wo dafür andere Karten sind, die ich vergessen habe. Und ja, ich gebe einfach mal die Karten auf. Mal sehen, was dann passiert. Nämlich hier. Aber dann habe ich nämlich noch eine vergessen. Und das war wieder genauso dumm. Nämlich hier, wenn ich hier nach rechts laufe. Also, hier unten. Da, 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 da. Oder war es nicht hier? Moment, wo war denn das dann? War doch hier. Da bin ich jetzt total blöd. Schon wieder. Wahrscheinlich. Aber, ne? Da, 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 da. Ne, das war hier. Ah, Moment. Ja, genau. Hier war es. Nämlich hier konnte man auch hier reingehen. Yay. Schwumm. Karte der Samen. Und die Karte ist vor allem nicht mal allzu schlecht. Wollte ich mal anmerken. Und dann habe ich im Edeltal, ähm, noch, glaube ich, zwei Karten vergessen. Und dann haben wir nämlich die alle, äh, mh, und da haben wir nämlich Bomben gebraucht im Edeltal. Und da bin ich aber danach nicht mehr hin, weil ich das komplett vergessen hatte, dass wir im Edeltal Bomben gebraucht haben. Ja, na gut, ne? Das ist jetzt, jetzt doof. Und ich weiß jetzt nicht, ob mit, äh, mit den Kristallhöhlen das hier gemeint ist. Aber weil das eigentlich nicht die Kristallhöhle ist, naja, egal. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Bei den Übersetzern oder was weiß ich. Weil ich glaube, im Edeltal fehlen mir noch zwei Karten, dann hätte ich nämlich alle. Das ist gerade mein Problem. Dann werde ich nämlich auf falsche Pferden gelockt. So. Wir gehen nochmal ins Edeltal. Da-da-da. Wenn ich doch wüsste, wo das war, ja. Wo war das Edeltal? Äh. Was tut das Edeltal? Da-da-da. Da-da-da-da. Wo bin ich da überhaupt rein? Das ist das Edeltal. Okay. Hier gibt es nämlich noch... Zwei Steinchen, glaube ich. Frag mich nur, wo. Weil... Pfff. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Werden wir schon finden. Da-da-da-da. Da-da-da. Da-da-da. Sorry, Musik. Tut mir leid. Äh. Ja. Das machen wir dann auf jeden Fall noch in dem Part. Dann können wir wahrscheinlich im nächsten Part den großen Final-Part machen. Die-di-di-di-di-di-di-da-da-da-da. Die-di-di-di-di-di-di-di-da. Sorry, die Musik ist zu schlimm. Wo waren die Steinchen? Wo waren die Steinchen? Ich weiß es nicht mehr. Papp, 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 papp. Tja. Oder habe ich hier nicht schon ein Steinchen gesucht? Bin verwirrt. Ja, das soll es sein, dass ich die schon gemacht habe. Die habe ich schon gemacht. Moment. Moment. Ja, stimmt. Die habe ich schon gemacht. Ja, da bin ich ja noch mehr verwirrt. What? Wo fehlt mir denn dann noch was? Da-da-da. Dann ist trotzdem in den Kristallhöhlen. Das ist blöd. Also wenn der mir jetzt noch Kristallhöhlen sagt, dann habe ich eine ganz offensichtliche Kiste übersehen, weil in den Kristallhöhlen gibt es nur eine Karte, die man holen kann. Äh, die haben sie alle gefunden. Das ist schön. Fragzeichen? Ein Fragzeichen ist eine Karte versteckt. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Fragezeichen? Das kann ja eigentlich... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Dank. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt als vorher. What? Das kann ja eigentlich nur... Fragezeichen kann ja eigentlich nur der Mana-Baum sein. Oder? Boah, Alter, verwirre mich halt doch mehr, du ekelhafter Typ. Zwei mich aber, wenn ich in den Mana-Baum reingehe, ob es dann gleich der Endszene getriggert wird. Ja, wird's. Das wollte ich jetzt aber noch nicht machen. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, dann beende ich jetzt diese Stelle den heutigen Part und tja, dann zieht sich das beim nächsten Mal wieder, weil das machen wir erst beim nächsten Mal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.